Böse Zungen behaupten ja, Thomas Müller hätte Niko Kovac schon öffentlich angezählt, bevor der überhaupt Trainer des FC Bayern München wurde. Danke Trainer! Wir sehen uns im Oktober, schrieb Müller am Ende der vergangenen Saisons als Abschiedsgruß auf ein Plakat für Jupp Heynckes. Wer Müller allerdings kennt, der lässt sich nicht auf die Art böswilliger Unterstellungen ein, sondern lacht vielmehr über den durchaus gelungenen Scherz des bayerischen Spaßvogels. Anzeige Müller zwischen Rutsperrer und Reservistenrolle denn sieht man rund um die Spiele des FC Bayern derzeit allerdings nicht ganz so häufig lachen wie sonst. Was nicht daran liegt, dass die Münchner aktuell nicht erfolgreich wären, im Gegensatz zum Spätjahr 2018, als Kovac kurioserweise genau im Oktober tatsächlich ein schnelles Aus zu drohen schien. Meist gelesener Artikel 1 Fußball-Bundesliga, wie sich Kovac bei Bayern neu erfand, zwei Fußball-Bundesliga-Lügen-Vorwurf gegen Lewandowski 3-in. Fußball-Premier-League-Käper macht aus Sarri einen Idioten-Vierend. Fußball-Premier-League-Klopp faltet Kapitän zusammen fünf Fußball-Bundesliga-Nagelsmanns-Zwiespalter-Behremi. Hat Müller unter Kovac etwa keinen Spaß mehr an seinem Job als Fußball-Profi? Das zu behaupten, ginge zu weit. Aber in gewisser Weise hat es schon mit dem Bayern-Coach zu tun, dass der Nationalspieler in den letzten Wochen nicht so zufrieden wirkt. Denn, bei den Bayern läuft es zwar, nur eine Niederlage in den letzten 16 Pflichtspielen, aber Müller hat daran zuletzt nicht allzu großen Anteil. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeige 23 Minuten gegen die Hertha, 34 Minuten in Augsburg, ohne Einsatz gegen Schalke, eine Minute in der Pokalverlängerung gegen Berlin. Macht insgesamt keinen einzigen Startelf-Einsatz in den letzten vier Pflichtspielen und gerade einmal 58 von 390 möglichen Spielminuten. Hinzu kam Müller's Rotsperre in Liverpool.Rafinha kritisiert Kovac öffentlich Wenn man beim FC Bayern München spielt, dann muss man damit rechnen, dass hier 20 Top-Leute sind. Und wenn 20 Leute da sind, dann trifft es immer wieder auch Top-Leute, hatte Kovac Ende Januar bereits erklärt und betont, die Spieler würden das meist ruhig auffassen, es gäbe aber Unterschiede in der Frustbewältigung, der Deutsche ist mehr sachlich, der Südländer ist ein bisschen mehr emotional. Kovac verrät, wie die Bayern-Stars als Banktrücker reagieren in dieses Bild passte, dass Rafinha seinem Bankfrust am Wochenende öffentlich Luft verschaffte, als er erklärte, Kovac sei nicht korrekt zu ihm, während Müller sich entschied, nach dem Hertha-Spiel zu schweigen. Da kommt nichts Gescheites bei raus, sagte der 29-jährigen Nur Lapidar beim Verlassen der Allianz Arena. Ist doch klar, dass er nicht zufrieden ist, wenn er nicht von Anfang an spielt, sagte dafür Sportdirektor Hassan Salihamidzik über Müller und verteilte zugleich ein Lob. Er hat das heute gut gemacht. Er hat sehr gut gespielt, sich richtig reingehauen, und gute Bälle gehalten. Er hat dazu beigetragen, dass wir drei Punkte geholt haben. Sich hängen zu lassen, das entspricht nicht Müllers naturell, das hat er in dieser Saison schon einmal unter Beweis gestellt. Lewandowski macht sich für Müller stark. Zwischen Ende September und Ende Oktober kam der Torschützenkönig der WM 2010 ebenfalls nicht wie gewohnt zum Zug, spielte in fünf aufeinanderfolgenden Partien nur einmal länger als 45 Minuten. Auffällig, von diesen fünf Begegnungen verloren die Bayern zwei, blieben sowohl bei der Hertha, 0-2, als auch zu Hause gegen Gladbach, 0-3. Ohne eigenen Treffer Deals schon fix. Hoeneß kündigt Transfer-Offensive an. Ab Ende Oktober setzte Kovac wieder regelmäßig auf Müller, in den folgenden 16 Pflichtspielen stand er 15 Mal in der Startelf und spielte dann nie weniger als 70 Minuten. Die Münchner blieben dabei nie ohne eigenes Tor und verloren nur auswärts bei den Top-Teams Dortmund, 2-3, und Leverkusen, 1-3. Vielleicht auch deshalb machte sich Robert Lewandowski nach dem Hertha-Spiel für Müller stark. Zwar sei die Aufstellung eine Entscheidung des Trainers und es gebe eben auch andere Optionen, aber Thomas Laufweg ist immer nach vorne, mit viel Bewegung. Ich hoffe, dass er bald wieder eine Chance bekommt, und zeigen kann, was er für ein guter Spieler ist, und dass er der Mannschaft helfen kann. Müller fehlt FC Bayern im Liverpool-Rückspiel nicht möglich sein wird, das allerdings im so wichtigen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool, für das Müller erneut gesperrt ist. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass Kovac im Moment andere Optionen bevorzugt. Durchaus denkbar, dass der Kroate die anderen Spiele auch ein Stück weit als Test diese für das Duell mit den Ritts nutzt. So oder so, die erneute Verletzung von Kingsley Coman dürfte seine Planungen kräftig durcheinanderwirbeln, und Müllers Chancen auf ein Start-Eff-Comeback erhöht haben. Wenn gleich Kovac ihn eher im Zentrum als auf der Außenbahn sieht, so dass Müller wohl erst einmal den zuletzt mal mehr, mal weniger überzeugenden James Rodriguez verdrängen müsste. Bilder-Galerie FC Bayern, die Krankenakte von Kingsley Coman-Elf-Bilder Thomas macht das im Training gut, wie alle anderen auch, hatte Kovac schon vor dem Hertha-Spiel gelobt, und betont, Müller habe genauso viele Chancen wie alle anderen auch. Triple-Faktor wie 2013 unter Heinckes? Das gilt womöglich schon für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende, sicherlich aber auch mit Blick auf die Champions League, sollten die Münchner in Duell mit Jürgen Klopp und dem FC Liverpool die Oberhand behalten. Der Sohn gratis testen und die Champions League live und auf Abruf erleben, Anzeige schließlich bringt Müller die Empfehlung mit, seit der Spielzeit 2010-11 in jeder Saison mindestens einmal in Dekar. O. Phase der Königsklasse getroffen zu haben. Im Triple-Jahr 2013 waren es sogar fünf Treffe, darunter drei in den Halbfinal-Duellen mit dem FC Barcelona. Genaueres dazu könnte Niko Kovac sicherlich jederzeit bei Jupp Heynckes erfragen.